hallo und herzlich willkommen zu meinem freund hier zu pokémon repos der letzte part haben wir hier hat das puzzle geknackt um mein gott das lang gebraucht um so die frage ist wo müssen wir hin wir brauchen auf jeden fall zerschneider und das ding ist nach jesburg oder wieso immer heißt die frage ist wie kommen wir dahin letzte question braucht ein echt zerschneider was nein ich habe keinen nicht gut wo ich könnte das andere fisch geben das was ich gerade bekommen habe machen wir mal gucken was wir davon kriegt von ihr kriegen da war dass sie ja eh nicht brauchen es ist gut ich glaube dass auch das ist die cuties pokémon die cuties pokémon man ist halt kurz raus ja oh nein legt sie einfach ab genau so kurz die cuties pokémon die cuties pokémon heck ja ich möchte dir mein süßes pokémon geben wenn es gut genug ist ist natürlich nicht dein ernst was wissen du dann ratzfratz oder was man blöde co kriegst du auch keines weil du wählerisch bist pech ok ok dann zack peck so jetzt gucken wir nachher erst passiert kommen hier ist passiert hier ist passiert jetzt die question auf mein wo da kann ich bogewer kaufen ja ist auch nix mehr open bridge kann es sein dass ich da komplett zurück muss open ward und dann hier hoch hier hoch this area has been awakened to the recent bomb street please turn away at once hier kann ich noch nicht aber ich möchte gerne da lang was dann nachher passiert wo könnte es dann noch einen weg geben ich könnte natürlich gucken hier irgendwas bekommen aber hier ist niemand aber keiner mag mit uns reden alle mögen uns nicht weil wir die beste pokémon trainer sind aber dahinten ist kein weg ich glaube nicht dass ich wieder alles zurücklaufen muss nur um nach letztlich erst das passiert zu kommen wäre schwachsinn da ist die arena die wir kaputt gemacht haben kaputt geschlagen haben er hat aber gesagt im norden wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe normal ist das norden und hier ist ja nicht wo ich nicht reinkommen these doors open to the terminal desert only for trains of course it's unlikely that it will open again for a while desert is forced and rainbow and can't be too stupid outside of the harming territory ok ich komm da nicht rein und den zug stippitzen hey 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 woman help so man no one's gonna help you miss this pokémon belong to team peter nooo what you found us after all that's what i know right to plan i mean this is not attack dein ernst die wollen die pokémon klauen team metro oh anyway that's right nein ich renne nicht weg nicht von euch kommen wir einfach zufällig oder ist das jetzt zu gewollt der der mein pokémon gezeigt gehabt eben weil es ist komisch tschuuu tschüss tschüss vor allem die sind auch so niedrig also ist das zufällig wahrscheinlich oh nein n nuclear die vergesst tschüss morgon tschüss tschüss yeah level up yeah if you continue repassion minor objective retreat thank you so much saving my pro pokemon don't know that would have done but right there come back i know what you all luck for one of the pokemon for a while i can sorry keep a single one saved myself but you got that das ist eine ich kann ich kann ich kann eigentlich ist das total egal Pumeluf, Knuddeluff oder Pixie ist das Wurscht da ist zu wenig nein zu wenig Pumeluffs nehmen so wie ich das darf ich das auch haben oder war ich hier noch gar nicht drin das hat auch sein können ja hier hab ich gekriegt jetzt auch niemand drin das ist nochmal absuchen vielleicht vielleicht ist das jetzt süß genug das Pokemon das kann auch ja sein vielleicht ist das süß genug um einfach eine böse Die Jasper ward ist off-limits zu all Clunans, please turn away immediately, Ossoia, you are here for her, Heim. Als Experiment of the leaders themselves, I post a quiet versus you, so Ossoia set up her in Jasper where it was even worse. Just like what's happening in Obsidian plants start going crazy, I love the sun, unlike the Obsidian, they didn't catch it early. The wool ward is completely destroyed if you don't acquit the city and so am I still trapped in there, but we can't do anything, all we can't do is keep everyone else out. Anyway, I have your Heim racked there, dig it. Ehhhhh, good luck. Ich hab echt, ich muss hier laufen nur, dass ich hier, nein, was? Pokesnake, nein, dass ich von ihm zerschneider krieg. Kann ich hier die Snowball haben? Schenk mir Pokémon, klau ich mir. Echt dein Ernst? Ganz weg zurück nur um hier Schlitzer zu kriegen. kann ich das ja jemanden beibringen wo sind meine teams cut in court jemanden beibringen na wenigstens kann es einer was brauchen ich ja zack und wer kann er nun zerschneider die besten vor allem attacken selbst hier werden sie nicht weggenommen und vor allem attacken sind das beste was es gibt scheißdreck bis aufs surfer und vielleicht kaskade ist der rest bullshit so da gehen wir wieder zurück ja wenn ihr irgendwas passiert ich könnte natürlich gucken ob sie jetzt also nicht schon zwei das cute pokemon haben möchte aber das ist ja drüben gewesen das ultra cute pokemon das andere war ja zu uncute so wir haben jetzt zerschneiden und können die welt an uns heißen die welterschaft ist unsere eigene mission geht es ja neubart zerstörst zack baum weg kann ich nicht machen ja zerschneider guck leute dein ernst du sein arsch doch ich mach die bäume weg guck mal ich bin der king und bäume weg aah scheiß auf bäume you got the heaven that's great no let's just notice and find out going in there okay komm wir gucken da der ist okay obsidian park oh wir sind da it looks so much bigger on the inside oh nein international perspective often observes such an effect yep whatever it means but yep because we'll have to split up it take this way you guys already be careful hey very well gibt's your pokemons let's gibt's your pokemons tu tu gua kino fenser field is corrupted what ein corruptes feld ich muss schleimer trainieren sind alle fast gluch gluch kommen jetzt nidorino da kann ich nidor king nidor king nidor king nidor king oh yeah und mir klar okay gibt es noch pflanzen pokémon wahrscheinlich ist aussieht aber wir eigentlich auch praktisch denn ich habe keine pflanzen pokémon bieren was er kann ich persönlich ist alle tenden ist kursi von hier los aber wir splitten uns auf sein ja wir bitten uns auf weil ich zerschneider habe und die nicht der king sind noch für pokémon ich möchte gerne pokémon pokémon ein baum macht weg aber sind alle so niedrig level musik alle trainieren ein shiny mirabler willst du mich verarschen ich glaube die scheine sind ja nicht so selten das gefühl ich will es haben mir egal wenn ich triff erst mal nicht wo ist es nur effektiv und deine zweite scheine schon in dem let's play das im echten dinge passieren würde was echt geil hey it's not very effective back pokeball flieg zack wenn man schon das andere nicht kriegen das dusselkur und dann kriegen wir am wenigsten ja das mirabler wir haben ein shiny mirabler auch immer aber wir können jetzt die flotter ausmachen weil es werden ja bald schon zu einem dünflor der schneider wenn ich scheine ist immer so oft kommen was geil als trainiert habe sich pokémon es kommt nicht ein schein und hier krass lieber unser zehn jahr gehabt die puller gewesen alles so giftig und alles ging ein ich würde gar nicht angreifen ich will nur wach werden natürlich nicht dann renne ich weg und das schneider was ist eigentlich hier passiert was mit dem los der hekt ein bisschen ab und wie nein knall auf Fenster 16 immer das feld ist korruptet nein warum ist Slime so langsam und er schläft immer noch es macht wachstum vielleicht war ich jetzt wenigstens auf er geht doch wird auch richtig angreifen können google nein geht nicht kann ich an abhauen verdammt blödes kno Fenster hört bei rap bei einem rap dein ernst schlaf oder immer noch gehörtet von dem rap dein ernst wie kannst du so nerven kno Fenster ich kann nicht meine pflanzen attacken schlecht wachstum schlaf oder gift bruder und umwickler ist ein tier wow ich zerstörs einfach bitte danke oh mein gott Schleimer tut mir leid du bist zu langsam darf Schiluk nein Neubad darf Neubad Neubad und ein Pokeball aber wir kommen eigentlich zu ihm wenn da was mit ihm passiert ist oh was ist hier los würde ich wissen hier kann ich voll krass hier trainieren und smart wo kann ich voll krass trainieren team hey was machst du hier blutzug 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 wing attack boom it's super effektiv tu mit deinem blutsauger es macht mir gar nichts tschüss blutzug zack Habitag was will dein Habitag hä oh nein was was war das Spokobang sich weg das ist cool das ist richtig nice er trifft doch gar nicht ich bin gar nicht da meine Lüge oh macht das so viel Damage lol klink klink du bist meine einzige Schaffnung mit deinem Dona Shock super effektiv und nochmal Dona Shock tschüss Habitag wuuu wuuu next Pokemon ist ein Rogonarola was für ein Ding achso aha mit Schaden von Corazon es ist ein Purgin Poké in Pokemon aber Stahl ist sehr effektiv und er ist nicht tot und darf er noch Sandetag ok ich muss aber weiter mit der Attacke angreifen weil ich nichts anderes hab weil Dona Shock nichts bringt gegen ihn und er trifft nicht das sind effektiv ich treff nicht warum auf hör auf warum macht das mit der Match und vierte zweimal geht doch tschüss wuuu und Erfahrungspunkte jene Menge oh mein Gott was macht ihr hier was macht ihr hier kiii cut zack ah kann ich mich heilen gut danke wie nett oh mein Gott oh mein Gott das ist ein komischer Wald oh 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 Feld ist corrupted richtig corrupted und cut zack warum machen sie so viel cut Bäume rein warum aus welchem Grund und auch ein Knofenso ich bin Gott sei Dank schneller ok cut 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 ach die Anna ist auch ah die Anna hat's auch erwischt sind wir nur ein einziges retter der Nation nein ich möchte nicht kämpfen ich möchte abhauen ich möchte boll genau sieht echt nett aus da würde ich sagen aber erst mal das war's mit dem Part von heute im nächsten Part geht es weiter in diesen wunderschönen Wald oh ja was hier vor sich geht werden wir sehen und herausfinden dann bis zum nächsten Part Ciao bis zum nächsten Mal